Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin die Klara und ich bin Autorin und Bloggerin. Ich habe schon fast alle Weihnachtsgeschenke, aber eines fehlt mir noch und das machen wir heute gemeinsam. Ich möchte einer Freundin ein nettes Selfcare-Paket für einen entspannten Home-Spa-Tag machen. Mir ist wichtig, dass es nachhaltig ist, deswegen verwende ich die Pflegeprodukte von Be Good von BIPA. Die zertifizierte Naturkosmetik ist vegan, tierlieb und frei von Gentechnik. Um Verpackungsmüll zu sparen, verwende ich ein Tuch, da dieses wiederverwendet werden kann. Und statt Plastikfolie zu verwenden, nehme ich eine recycelte Papiertüte. Um weiteren Müll zu sparen, verpacke ich gar nicht alles, sondern dekoriere es mit Christbaum-Anhängern. Somit sieht es nett aus und diese können ebenfalls wiederverwendet werden. Mit diesem Be Good Wohlfühl Weihnachtsgeschenk wird meine Freundin eine große Freude haben. Und wenn meine Liebsten eine Freude haben, freue ich mich auch. Das ist gut für mich und gut für meine Welt.